Hallo, hier ist Christian, ich bin Schemaier, Psychologe, Powerater und alles mögliche und sonstige. Und ja, diesmal wieder Vlog rund um die Themen, vor allem Dating und Beziehungen, aber auch manches andere. Und wir haben hier eine schöne Nachricht von Sissi Lepska und ja, auch mal wieder ein interessantes Thema. Geht auch ein bisschen um Sicherheit beim Dating, sag ich mal. Wenn du mal eine Arbeit, die du mal gucken willst, alle möglichen Kurse rund um Dating, Liebe, Beziehung, Nice Geiles Leben, findest du auf libyship.de, auch Sessions. So, hallo Christian, erstmal großes Lob für deine Arbeit. Ich schaue mir jedes deiner Videos auf YouTube an. Das hat mir schon sehr weitergeholfen. In letzter Zeit habe ich viel über mich selbst reflektiert und musste feststellen, dass ich eine toxische Person bin, die süchtig nach Drama und kurzen Kicks ist. Das wäre schon mal keine schöne Erkenntnis, aber eine sehr wertvolle Erkenntnis. Rational möchte ich natürlich eine gesunde Beziehung und kein Drama. Ja, leider werden wir nicht so viel von Rationalität reagiert beim Libyship. Merke aber immer wieder den Drang danach. Seit ein paar Jahren bin ich in einer On-Off-Beziehung. Wichtig zu sagen ist, dass hin und her immer von mir aus ging. Also ich habe Schluss gemacht, wenn es nicht so lief und wenn es mir zu nah wurde, Bindungsangst und bin dann wieder zurück. Ja, du bist jetzt also freue mich ja immer, wenn mir auch mal jemand schreibt, der so obviously eher Minuspol ist, sage ich mal. Das ist genau dieses, also es gibt natürlich verschiedene Arten, Minuspolig zu sein. Es gibt eine so, wo einem einfach alles egal ist und man ja, also immer auf Distanz bleibt. Dann gibt es so diese manipulative Weise und es gibt eben eine Weise, wo man eigentlich schon zwischen, ja, Nähe haben wollen und dann ist wieder zu viel. Könnte man jetzt auch, könnte jetzt auch sagen, es ist ein Wechsel zwischen Plus und Minus, aber ich, da einfach darteilbar, sagen wir mal, ist eigentlich was, was viele auf der anderen Seite erleben, die mir schreiben so, ne, wenn man mal ehrlich ist. Und ist natürlich ein sehr problematisches Muster für Partner, ne, für dich natürlich auch, äh, weil du produzierst natürlich damit heiß-kalt, für dich selber und für den anderen und ja, mit der Folge Liebessucht so, ne. Jetzt sind wir nach drei Mal on-off ja zusammen und ich hoffe, dass das, dass ich jetzt nicht, diesmal nicht wieder kaputt mache. Ja, also meine Glaskugel sagt mir, dass die Beziehung auch diese Runde nicht überleben wird, weil on-off heißt, hm, nicht kompatibel. Tut mir leid. Kannst mir gerne schreiben in fünf Jahren, wenn das gut gegangen ist, aber, also nach all meiner Erfahrungen wird es auch das vierte Mal schief gehen und das fünfte und das sechste und das siebte Mal auch. Ja. Äh, ich wollte immer streiten, weil ich süchtig nach dem Versöhnungsex war. Boah, das ist echt richtig toxisch, richtig toxisch. Aber das ist das Problem, ne, mit, äh, es gibt halt verschiedene Arten von Liebessucht, ne, dieses, wo man sich so verzerrt nach irgendjemandem, dann diese, diese Sucht nach so einem Kick irgendwie, den können sowohl Pluspol als auch Minuspol haben, ne, das können, ähm, wobei das beim, wenn man so eher pluspolig unterwegs ist, geht es eher so auf eine Person, wenn man minuspolig unterwegs ist und hat so ein Problem, geht es eher so in die Breite. Und, ja, das ist echt, ähm, erstaunlich schwierig in den Griff zu kriegen, weil du quasi, ja, von deinen eigenen, körpereigenen, äh, Neurotransmittern quasi so ein bisschen abhängig bist hier so, ne, und auch Sexualität und so kann ein Suchtmittel sein letztlich, ne. Äh, nur bei diesen habe ich wieder den Kick gespürt und auch das Bauchkribbeln, was ich so sehr vermisst habe. In meinen früheren Beziehungen ging es mir auch schon immer nach kurzer Zeit so, dass ich schnell den Drang hatte, fremd zu gehen und das leider auch getan habe. Äh, ja, was soll ich sagen? Ich kann das natürlich nicht gut heißen hier, äh, halt die Spritfläche sauber, äh, denk auch mal an deine Partner und, ähm, und vor allen Dingen denk an deine eigene Seele, so, ob dir das so gut tut, ne. Auch Dreiecke gab es. Damals habe ich nicht mal gecheckt, was ich da eigentlich abziehe. Jetzt ist mir so vieles bewusst geworden, aber ich kann die zwanghaften Gedanken daran einfach nicht abstellen. Es verfolgt mich ein bisschen die Nacht, wo ich von fremden Männern träume, mit denen ich schlafe. Ähm, ich habe meine Profile auf Social Media gelöscht, weil ich Angst habe, dass mir da, äh, wieder jemand anschreibt, oder dass ich wieder jemanden anschreibe, mit der ich schon mal was hatte. Ich möchte dieses Muster endlich durchbrechen. Mein Therapeut konnte mir bei dem Thema leider nicht wirklich weiterhelfen. Das ist schade. Das wäre natürlich erstmal so auch, äh, eine erste Idee, so eine Therapie zu machen, weil die müsste eben auch diese Liebessucht fokussieren, denke ich. Ähm, bin so langsam echt im Verzweifeln und hoffe, du kannst mir da raushelfen. Was mich auch runterzieht, ist, dass ich sehr schnell das Interesse an meinem Partner verliere. Ja, ich hoffe, ihr habt euch, äh, wo auch was auch immer du da machst, ähm, dein Bildungsangst immer mal angeguckt, weil das ist einfach Bildungsangst, ne. Und, äh, kann ich natürlich jetzt auch, woher das jetzt genau kommt, kann ich dir von so einer Mädel natürlich auch nicht sagen. Das wird auch das hier sprengen, denke ich. Ähm, naja. Äh, nicht nur sexuell, sondern generell dann auch schnell genervt bin. Habe es bis jetzt immer auf die Männer geschoben, aber da es in jeder Beziehung das gleiche Muster ist, denke ich, dass da doch was mit mir nicht stimmt. Ja, liebe Grüße. Ja, also ich habe, bin ich erst gelesen, habe ich spontan gesagt, äh, du bist eigentlich jemand für eine Gruppe. Ich meine, es macht so gut wie niemals, sage ich auch. Aber, ähm, eine gute SLAA-Gruppe gibt es ja auch online. Äh, da sind, die sind natürlich sehr, wenn vielleicht auch mit, wenn da Leute drin sind, die da, ähm, ja, nur noch drin sind, um sozusagen trocken zu bleiben und sehr erfahren sind, könnte dir das, glaube ich, sehr weiterhelfen. Ähm, ansonsten, klar, gibt ja auch noch andere Therapeuten, wenn du mit denen jetzt nicht weitergekommen bist. Und vielleicht bringt dir auch Modul 6 was bei mir. Ähm, aber am Ende des Tages ist es so auch eine Frage, was willst du eigentlich im Leben so, ne? Wenn du sagst, du willst sichere Beziehungen haben, also du kannst nicht Pizza und Pommes, Affären machen hoch und runter und eine sichere Beziehung suchen ist. Und da muss man mal in den Spiegel gucken und muss wirklich überlegen, was ist denn jetzt, was will ich denn jetzt eigentlich, ne? Und wenn du sagst, du willst es einfach nicht, dann muss man sich, muss man einen Lifestyle finden, sage ich mal, der, ähm, wo du meinetwegen mit ganz vielen Männern schläfst, wenn du so unbedingt willst. Und da musst du halt überlegen, was für Linien ziehe ich da ein? Safe Sex, ähm, ich sage niemandem, dass ich eine Beziehung will. Ich stelle mich da komplett drauf ein, dass ich, äh, hier so ein Single-Leben lebe mit möglichst viel, ich sage das ja auch so ein bisschen übertrieben jetzt mal, um dich da zum Nachdenken zu bringen. Also Leben lebe ohne feste Beziehungen mit einfach maximaler Menge an Sex. Und wenn das dein Weg ist hier, dann musst du dazu stehen halt so, ne? Und dann würde ich mich aber auch nicht quälen mit dem anderen. Aber das Problem ist natürlich, deswegen war das jetzt ein bisschen, mit ironisch gesagt auch, dass, äh, wie bei allen Drogen, die, ähm, also die Grenzen immer weiter ausgedehnt werden. Und es könnte sein, dass es eine Entwicklung gibt, wo du immer krassere Sachen machst und dich immer mehr in Gefahr bringst. Und spätestens dann, ähm, ja, muss man eigentlich was machen, weil dann wird es auch echt gefährlich irgendwann. Und, äh, ja, man muss sich halt klar machen, dass es, also natürlich gehören Kicks zum Leben. Und, also eine andere Sache, die ich damit geben wollte, ist, ich hatte auch so gedacht, ob du vielleicht, oder ich sage es mal allgemein, ob das jetzt bei dir so ist, weiß ich natürlich nicht. Ja, komm. Ähm, hat wieder Katzenalarm hier. Ähm, manchmal ist es so, wenn man so ein Thema hat mit ADHS, irgendwie so ein ADHS-Gehirn hat, äh, oder auch nicht nur, wenn man ADHS-Gehirn hat, also wenn man einfach so ein Gehirn hat, was so auf Kicks steht, ist man manchmal besonders anfällig für sowas. Und dann wäre so das Thema gesunde Süchte, ne? Dann wäre die Frage, wo kannst du dir, äh, Kicks holen, aber auf eine gesunde Art, ne? Also du könntest zum Beispiel, weiß ich nicht, also man sagt dann immer, äh, weiß ich nicht, irgendwelche coolen Sportarten, äh, oder du, wie heißt, holst dir deinen Kick über besonders gesunde Ernährung, äh, also, oder wirst, weiß nicht, besonders cool in irgendeinem Fitness-Sport oder so. Ich meine, gesunde Süchte ist natürlich, wie sagt man, ein, ähm, na, ich komme gerade nicht auf den Begriff, Oxymoron irgendwie, genau. Aber, weiß schon, was ich meine, ne? Da müsstest du sozusagen den Kick außerhalb dieser Beziehungsgeschichte suchen und dann aber auch aushalten, dass es mal langweilig wird in einer Beziehung. Und, also, da kann man sich natürlich auch dran gewöhnen. Und, äh, es ist auch ein bisschen eine Entscheidung, dass man einfach sagt, ich, ähm, führe dieses Leben einfach nicht mehr. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du aufhörst, diese On-Off-Beziehung zu führen, ich weiß ja auch nicht, mit was im Partner du da zusammen bist, äh, wenn du aufhörst, dich so in toxische Gewässer zu begeben, dass du dann vielleicht dir auch selber leichter fällt, dich von Toxic fernzuhalten, so, ne? Ja, und dann vielleicht auch nicht mehr so viel davon träumst und so, weil dieses davon Träumen von solchen Sachen, ähm, kenne ich jetzt so von Klienten eigentlich eher, wenn die wirklich in, diesen aktiv toxischen Beziehungen sind, dass man dann auch noch davon träumt andauernd und so, wenn man aber erst mal raus ist und so und wirklich raus ist und auch nicht mal zurückgeht und auch mal eine Zeit lang alleine bleibt vielleicht, dann, äh, kann sich das da alles so oben mal so ein bisschen beruhigen in der Birne, ne? Ne? Was sagst du dazu, Deni, hm? Hast du noch irgendein Rat hier, hm? Sag mal, ah ja. Ja? Okay? Oh, alles klar. Judy, ciao.